Ich hatte gerade einen Glitch. Ist mit deiner Leitung alles in grün? Ja, Moment, ja. Süßer. Also, nee, aber in die kleine Box passt der bestimmt jetzt nicht mehr. Das wird doch wieder da oben hoch. Diesmal bin ich ja dabei. Ey, hier ist sowieso erstmal alles tot. Was, wo kommt die schon wieder her? Was hast du gerade hier gesagt? Sehr robust, muss man sagen. Wobei, er oder ich? Du beklaust mich nicht. Oh man, oh man. Äh, 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 äh. Ich bin hier bei der Telekom. Sehr gut. Wieder einer weniger. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Hoch! Äh, 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 äh. Der hat mir, der wollte mir 18.000 klauen. Ja, äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, äh, äh, äh. das ist das sind das wird ja wieso werde ich die töte das ist das Oh mein Gott! was hat kommt plötzlich so von hinten an die wovon wovon bin ich jetzt so schnell down gegangen ich habe ihn nicht gedrückt gehalten wollte ich gerade angrabbeln da war es tot ich habe auch nicht gesehen woran die gestorben bin als wenn wieder 4000 geld zusammen versuchen die hat man hier verdammt nötig wie hässlich ist die gegend alter hässlich genug was hat auf mich geschossen nö aber was tut das kann eigentlich nicht sein ich habe jetzt gerade auf was anderes geschossen achtung da kommt was von links ist wieder der trupp aber das ist ja auch der schild alter aber die gesundheit wäre ein bisschen besser als meiner aber die gesundheit das kannst du dir hier nicht leisten ne ich brauche wieder meine slagsniper geht nicht anders das ist ja auch der gründer ist das ist ja auch der gründer ist Ich muss mich jetzt einmischen, der wollte dich von hinten angreifen. Sehr gut. Ich würde mich gerne in der Vatageenbank von hinten angreifen werden. Oh, die Tunnelraten sind... die Laborraten sind mies. Oh Gott. Ich bin ans Crack, Alter. Oh. Hier. Schönes Maul, ne? Abhauen ist nicht. Kommst du ran? Ja, die. Habe ich. Ach so willst du das, ja? Löst dich einfach auf. Du hast uns alle eingefallen, wenn du einfach stirbst. Alter, hier geht's schon wieder los mit dem Iridium, wa? Nö, eigentlich nicht. Nein, nein. Hier war eher selten. Drüben im Hyperion-Gebiet, da war krass. Oh, Shotgun. War ich wieder Sniper-Money? Ich hab wieder ein bisschen Sniper-Money. Sniper-Money bin ich glücklich. Genug. Dürfen nicht so weit raus aus dem Kreis. Du hattest nur ein Glück, Miechen. Hm. Eins fehlt noch. Ich brauche hier irgendwo noch welche spawnen, oder ob das einfach... Ja, nee, ist voll selten, das Zeug. Ja. Einfach mal schon 80 zusammen, weißt du? Ich hab 12. Hast du mir vorhin was gekauft? Wurde gesagt, upgrade für 50. Oh. Ah, okay. Hm. Warte mal, ich guck mal kurz, wie viel Map. Außerhalb der Map ist das Ding. Das muss da hingefallen sein. Voll. Da kommt man nicht ran. Oder da kommen wir später noch hin. Geht aber eher schlecht aus dafür. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie kommt's denn überhaupt da hin? Ach, hat's erledigt. Ja. Ja, geht doch. Ich muss hier das Schweinebus triggern. Ja. Ich hab mir ja gedacht, dass wir eventuell zurück müssen, um noch ein paar ranzuholen. Und das war's für mich einfach. Womit hat der mich grad so runtergeballert? Das Vieh wurde dich angebissen haben. Der Entferner? Hm. Kann durchaus mal passieren. Langsam bräuchte ich auch ein bisschen mehr Gesundheitsregeneration. Das wär echt Töfte. Ich brauch mehr Action-Skill-Abdickzeit-Reduktion. Das muss schneller kommen, die Kugel. Kommt aber wahrscheinlich erst in den höheren Stufen. Och, nö. Ihr seid auch schon wieder da. Wenn du ein 1-Gag fütterst, würd ihr auch ein neues Zuhause wollen. Na toll. Intelligentes Kirchen geht dem Ärger aus dem Weg. Ja. Es sei denn, wo er ihm natürlich zwangsweise entgegenkommen muss. Vor allem als wir weg waren, hat der ein bisschen Wohnungssuche auf Google betrieben. Wo wir ihm noch ein bisschen Essen geholt haben, hat der schon mal gegoogelt, ja? Alter, die Gesundheitsreduktion. Ja. Wobei solche Schilde ja eigentlich für den Psycho gar nicht mal schlecht wären. Ich glaube, dass er ja auf dem Build davon profitiert, dass er wenig Gesundheit hat. Das heißt wenig Gesundheit, aber wenn er Schaden hat, dann eigentlich. Also eigentlich ist der Schild doch scheiße. Eigentlich sind die Schilde scheiße. Das wird jetzt wirklich weh tun. Ja dann will er das hier haben, also der tut ja auch dafür was. Sauber. Ja, wer ist ein guter Junge, der Skag ist prima herausgefüttert, hat ein neues Zuhause. Du kriegst das Gefühl, der Skag wird später noch einmal deine Hilfe benötigen. Ja ist doch gut. Handfeuerbummi und ein Schild. Ja.